Musik Hallo, ich bin Dominik Feldmann und ich bin der Leiter der Musik AG hier an der Franzitzel-Grundschule in Rode. Die Musik AG wurde im Jahr 2014 vom Musikverein Rode und von der Franzitzel-Grundschule initiiert und das Ziel war es, dass alle Kinder einen Zugang zu Musik erhalten und auch zu Instrumenten, die dann im Musikverein Rode, aber auch in anderen Orchestern gespielt werden. Wichtig war uns von Anfang an, dass alle Kinder hier mitmachen können, also auch Kinder von finanzschwachen Familien und deswegen übernimmt der Musikverein Rode die Finanzierung der Instrumente, des Notmaterials und des gesamten Equipments. Lediglich die Kosten für die Dozierenden werden von den Eltern getragen, aber auch wenn das nicht möglich ist, dann springt der Musikverein da ein. Unser Projekt ist so aufgebaut, dass die Kinder zunächst musikalische Grundkenntnisse erlernen und dann alle Instrumente kennenlernen, die sie dann später auch lernen können hier in der Musik AG. Wenn die Kinder ihr Lieblingsinstrument ausgewählt haben, bekommen sie in kleinen Gruppen Instrumentalunterricht und das 45 Minuten in der Woche. In der verbleibenden Zeit spielen die Kinder dann den Ensembles und kleinen Orchester. Besonders ist daran, dass die Stücke anhand des individuellen Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler ausgesucht werden und oftmals auch von den Dozierenden selbst für die Musik AG geschrieben werden. Nur so kann aus unserer Sicht gewährleistet werden, dass das Lernen am Instrument und das Zusammenspiel so individuell wie möglich erfolgt. Wenn die Kinder die Grundschule in Rode verlassen, bieten wir vom Musikverein Rode ihnen auch weiterhin die Möglichkeit, das Instrument zu erlernen. Sie können das Instrument behalten und wir organisieren qualifizierte Lehrkräfte. Später können sie dann auch im Jugendorchester oder sogar im Hauptorchester des Vereins mitspielen. Hierbei wird sogar ein Teil der Unterrichtskosten vom Musikverein Rode übernommen. Im Jahr 2014 sind wir mit 16 Kindern gestartet. Inzwischen unterrichten zwölf Dozierende 59 Kinder hier in der Musik AG. Unser Projekt wächst also stetig. Wenn wir auch Ihr Interesse geweckt haben, so kontaktieren Sie uns doch unter www.mv-rode.de und wir sehen uns doch auch unterrichten.